Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records. 1949 war die Eröffnung. Natürlich war Bird, war Charlie Parker der Headliner. Ist schon ein paar Jahre her. Jazz Corner of the World. New York war stolz auf den Laden. Marilyn Monroe saß im Publikum. Frank Sinatra, Marlene Dietrich, Sammy Davis Jr. und jetzt? Nice, Stevie. Das Blut lief an meinem khaki-farbenen Anzug herunter. Sie brachten mich ins 54. Polizeirevier, wo sie mich fotografierten mit dem Blut und allem. Now, once again, you have been digging the sound. Thank you very much, ladies and gentlemen, for your kind attention and for your generous applause. Because of all these crazy things you put me through. You don't mean a thing. All these things. You ain't got that swing. You don't mean a thing. 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 Vielen Dank.